Ups, ein bisschen nah an die Kante gestellt. Ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmreihe von mir. Ich weiß es hat ein bisschen gedauert, die letzte Woche war leider dann mit dem Fantasy Filmfest doch zu stressig und jetzt bin ich aber da und wir reden über die Filme Saar, also Vergangenheit von See. Oder heißt es Säge? Ich bin mir nicht sicher. Ja, also die Rede ist natürlich von den Saw-Filmen. Ich weiß immer nie wie die Engländer das oder also die englisch sprechenden Menschen, woher die das jetzt wissen, was das jetzt bedeuten soll. Ich meine, Säge macht am meisten Sinn, aber vielleicht war das auch so ein ganz toller Kniff der Filmemacher zu sagen, wir nennen den Film einfach mal Saar. Das verleiht ihm eine gewisse Mystik. Ja und wir beginnen natürlich wie immer erst mal mit Teil 1. Ja, ich erinnere mich noch, als der erste Teil rauskam, kurz bevor er rauskam, da gab es im Netz damals einen Trailer zu sehen. Heute ist das ja keine Seltenheit mehr, aber das war ja 2002 oder so. Da war das noch echt eine Neuigkeit oder ein Novum, dass man so Filmtrailer im Netz sehen kann. Und da ging es halt hauptsächlich um die beliebte, ja man sieht es ja hier auch, Reverse Bear Trap. Oder spürt man es Bear aus? Naja, ihr wisst, was ich meine. Also diese umgedrehte Bärenfalle. Und in dem Video, also in dem Trailer wurde auch immer so ein bisschen, ich bin mir nicht mehr wundertprozentig, es war auf jeden Fall ein amerikanischer Trailer, das weiß ich noch, ging es auch immer so ein bisschen, glaube ich, darum, so, dass man Saw also nicht als Folgeteil von 7 sehen wollte, diesen David Fincher-Film aus den 90ern, sondern aber schon so ein bisschen, dass man diesen Stil so ein bisschen kopieren wollte und sagen wollte, das ist jetzt quasi der nächste Schritt, weil 7 ist eigentlich auch ein ziemlicher abgefuckter Film, gerade so was die Optik angeht und auch so das Thema, also da ist schon einiges im Busch. Ja, und wie gesagt, da wollte man, glaube ich, hier so ein kleines bisschen daran anschließen. Und der Film ist ja, glaube ich, in Deutschland, es hat eine Weile gedauert, bis der hierher gekommen ist, also fast ein Jahr oder so, nachdem der erste draußen war, ich glaube, inzwischen gab es in den Staaten schon den zweiten Teil oder so, da ist der erste hier erst gelaufen. Ich erinnere mich, dass ich damals die US-DVD mir dazu mal geholt hatte und gesagt habe, jo, das ist schon ein heftiger Film. Aber natürlich erstmal kurz, worum geht es? Also zwei Männer erwachen in einem Raum, sind jeweils an Rohre gefesselt mit dicken Stahlkette und können sich, also der Raum ist zu lang, sie, sie können sich nicht erreichen. Und in der Mitte liegt noch eine dritte Person. Offensichtlich hat die sich selbst erschossen. So blutiger Schädel und Waffe in der Hand und so ein kleines Diktiergerät und riesen Blutlache. Und man hört dann hin und wieder eine Stimme, die halt sagt, ja, willkommen hier und bla und erklärt so ein paar Sachen und sagt ihnen halt, weswegen sie da sind, was sie da machen sollen. Ja, und einer der beiden ist ein Doktor, gespielt von, wie heißt er, Cary Elvis? Ich möchte es auch gar nicht, der Name ist ein bisschen anders, aber so ähnlich. Mal gucken, holen wir doch einfach mal die Discs hier raus. Ob die hier irgendwelchen... Ach schade, ist leider kein Buckle drin. Ne, geben leider keinen Aufschluss. Naja, falls... Oh Gott, jetzt brauche ich doch noch so eine Brille, was? Cary Elvis, doch sag ich ja. Hier steht es. Ja, und der ist halt Doktor und der erzählt halt dem anderen, der ist einfach nur Fotograf, dass es halt diesen sogenannten Jigsaw-Killer gibt, wobei Killer nicht das richtige Wort ist, weil der selbst keine Menschen umbringt, aber der sperrt Leute immer in Fallen, denen sie entkommen können. Allerdings nur, wenn sie ein bisschen, also wirklich bereit sind, auch Opfer zu bringen im Sinne von sich selbst zu verletzen, vielleicht sogar Gliedmaßen oder andere Sachen zu verlieren und deswegen... Ja, sie können hier rauskommen, wenn sie ihren Kopf opfern. Ne, also... Und naja, er erzählt ihm halt diese Geschichten und dass der offensichtlich auch dafür gesorgt hat, dass er da ist und offensichtlich weiß dieser Fotograf auch was... Ich weiß jetzt nicht, was darüber, aber gibt das erstmal nicht preis. Ja, und während die da sitzen und versuchen, rauszukommen, werden die dann erstmal ergründen, was sie da überhaupt sollen, kriegen sie dann halt auch Hinweise, wie sie es schaffen können, da rauszukommen. Ne, so kleine Aufgaben werden ihnen sozusagen zuteil und die aber immer mit, ja sozusagen mit dem Tod des Anderen zu tun haben, was aber keiner verantworten möchte. Ja, und dann ist der Film irgendwann vorbei. Ja, ich denke mal, jetzt die Handlung von Saw ist den meisten so halbwegs geläufig. Das ist ja... Das Ding hat ja dann... Wie gesagt, in Deutschland ist das was später rausgekommen, aber mit jeder weiteren Fortsetzung. Ich meine, wir reden von insgesamt acht Teilen, obwohl ich über den achten hier nicht sprechen werde, in diesem... In diesem Review-Paket. Ja, in diesen Teilen... Das Ding ist ja so ein Selbstläufer nachher gewesen. Jedes Jahr kam ja einer dieser Filme raus. Und auch die Fans in Deutschland haben das natürlich dann irgendwann wahrgenommen. Und im Gegenteil, ich glaube, der Film hat auch sehr viele... Verdammt, Entschuldigung... Sehr viele Fans generiert, die dann plötzlich auch sich mit Horror beschäftigt haben. Man mag es mal kaum glauben, weil die Filme ja schon ziemlich hart sind. Also muss man ja wirklich mal sagen, die gehen ja echt in die Vollen. Und wer sich vorher noch nicht wirklich mit Horror beschäftigt hat, dann gleich bei 100% mit einzusteigen ist schon heavy. Aber okay. Ja. Wie gesagt, es war aber ziemlich erfolgreich. Verdammt, ich wollte gerade eigentlich irgendwas anderes sagen, aber... Schade, dass man im wahren Leben nicht zurückspulen kann. Jetzt könnte ich noch mal gucken, was ich gerade gesagt habe. Das war kein Spulgeräusch. Ja, ist auch egal. Wie gesagt, ich habe den damals relativ... Also als er in den Staaten auf DVD war, wie gesagt, da war der hier, glaube ich, noch nicht mal... Ich weiß gar nicht, ob der Erste überhaupt ins Kino gekommen ist oder ob die erst späteren ins Kino gekommen sind in Deutschland. Und ob der hier gleich dann sozusagen direkt irgendwie erst mal auf DVD vermarktet wurde, wenn man davon ausging, so ein Ding läuft hier eh nicht. Obwohl, man muss ja dazu sagen, also Cary Elvis, den kann man ja kennen. Und es spielt ja mit Danny Glover, spielt ja auch noch ein bekannter Schauspieler mit. Der erste Teil ist ja noch wirklich, ja jetzt blöd gesagt, aber ein richtiger Hollywood-Film. Auch wenn die Macher, James Wan, der ja damit einen riesen Karrierensprung hinlegte, und auch der Schreiber, Lee Wendel heißt der, oder so ähnlich wird es ihm etwas ausgesprochen, die haben ja damit echt Karriere gemacht. Und die waren ja zu dem Zeitpunkt absolut unbekannt. Aber die haben es halt trotzdem geschafft, da so sag ich mal ein bisschen halbwegs bekannte Schauspieler ranzukriegen. Also auch mal halbwegs gute Schauspieler. Und ja... Und genau, Monica Potter heißt sie glaube ich, die spielt seine Frau. Also von Cary Elvis, die Frau in dem Film. Also da waren schon ein paar bekannte Leutchen dabei, die dann eben sich da mal in sowas begeben haben. Ich meine, heutzutage, also auch als bekannter Schauspieler sich in einem Horrorfilm mal zu versuchen, ist glaube ich gar nicht hier mehr so abwegig. Früher war das glaube ich, wenn du beim Horror gelandet bist, dann wurdest du wahrscheinlich von deinen Schauspielkollegen ganz schief angeschaut. Und das kam quasi in einem Karriereende gleich. Oder so wie wenn man beim Fernsehen gelandet ist, in irgendeiner Fernsehserie. Heute ist das für viele, glaube ich, noch eine gute Einnahmequelle nebenbei. Weil nichts läuft ja momentan so sehr wie Horrorfilme und gut produzierte Fernsehserien. Ob das mal jemand zusammenschmeißt? Ja, ähm... Der erste Teil ist definitiv ein Klassiker. Muss man schon mal sagen. Ich finde ihn auch sehr gut. Der beruht übrigens, aber ich denke das wissen auch die meisten, beruht ja auf einem Kurzfilm. Bei dem Kurzfilm geht es halt nur um diese Falle. Es geht halt darum, dass eben derjenige welche, der das überlebt hat. Also im Grunde die Amanda, die in dem Film auftaucht, die das Ding ja auch hat. Im Grunde exakt so dieselbe Handlung wurde als Kurzfilm dargestellt. Nur das spielt dann da, dass der am Schreibtisch irgendwo in der Polizeistation sitzt und seine Geschichte erzählen soll. Kann man sich mal angucken. Ich glaube auf der Blu-Ray ist er sogar dabei. Auch wenn ich es jetzt hier erstmal nicht sehe. Hier steht das von Easter Egg. Vielleicht war das ja irgendwie... War das als Easter Egg mit eingebaut. Aber ich meine, man konnte sich das Ding hier angucken. Tja, ich habe jetzt gerade echt entweder den Faden verloren oder... Weiß jetzt nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ne, auf jeden Fall der erste ist ein Klassiker. Sollte man sich definitiv mal angucken. Wer es noch nicht kennt, habe ich jetzt wahrscheinlich nicht geschafft, das jetzt großartig interessant zu erzählen. Aber der erste ist, sagen wir es mal so, der erste ist wirklich ein ziemlich guter Thriller. Mit Horror-Elementen, ganz klar. Und es sind auch wirklich schockierende Szenen drin. Aber es geht in dem Teil tatsächlich nicht darum, nur diese... oder ekelige Szenen drin. Es geht weniger darum, diesen Ekel irgendwie zu zeigen, diesen Gore-Effekt zu zeigen. Sondern die Geschichte selbst ist eigentlich ziemlich gut. Es ist ziemlich spannend. Wie das alles zusammenhängt und und und. Und da sollte man ruhig mal einen Blick riskieren. Jo. Na gut, okay. Bevor ich hier weiter stammel, belassen wir es erstmal an dieser Stelle. Ja, fein! Das wäre schon wieder gewesen. Wir sehen uns wieder in zwei Tagen. Und bis dahin bleiben wir uns zusammen. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Ciao! 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 Ciao!